Frenkel frottelt. Heute. Let's play together Minecraft. Featuring Mone. Tag ihr Nasenbeeren. Herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt, das da heißt Let's play together und zwar Minecraft. Und weil mit mir immer nie jemand spielen will, schon damals nicht in der Schule, zwinge ich einfach meine Frau dazu, dass sie mit mir spielt. Mone, komm doch mal auf den Server, wenn du es einrichten kannst, bitte. So, sag Hallo Mone. Hallo Mone. Gut, jetzt sind wir hier in Minecraft. Wir wissen, wie die Steuerung ungefähr funktioniert. Da haben wir unsere schlauen Zettel hier liegen mit der Tastaturbelegung, aber wir wissen nicht, wie dieses Spiel genau funktioniert. Ich kenn's nur aus der Theorie, hab's vorher noch nie gespielt. Und das sind ja Hühner. Ich würd' sagen, das sind wohl eher Gänse. Das sind Hühner. Was machst du denn? Stimm, Hühner. Hör auf! Was denn? Das ist Hund in Ruhe. Warte, ich möchte nur mal schauen, ob ich das tot hauen kann. Nein. Ha! Ich hab's tot gehauen. So, und jetzt hab ich hier ein Hühnchen. Ja, also, mir ist nicht bewusst, wie es wirklich funktioniert, das Ganze. Nur in der Theorie, also, ist es wohl so, dass wir, ähm, tagsüber uns relativ ungefährdet bewegen können, ähm, nachts aber irgendwie die Zombies aus ihren Gräbern steigen und uns attackieren würden. Mone, was machst du? Na, prima. Ich mähe Gras, glaub ich. Ja, ich, ich mähe Schaf. Mähe. Ähm, genau. Und deswegen muss man sich wahrscheinlich irgendwie eine Behausung bauen, um, äh, sich dort zu verstecken, beziehungsweise muss man irgendwelche Waffen haben, um sich zu verteidigen. So, also es sind hier zwei Noobs am Werk. Quasi doppelter Noob-Attack. Ja, oder Loser-Verein. Genau. Und du siehst aus wie ein Typ. Ja, und du schaust aus wie ein Holzkopf. Au! Ah, das ist verdient. Ey, du wirst ja wohl keine Frau schlagen. Du bist keine Frau, du siehst aus wie ein Typ. Okay, also, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal an, ähm, irgendwie, ja, was hab ich jetzt hier? Ich hab jetzt was aufgenommen, eine Feder und ein rohes Hühnchen hab ich jetzt. Und wie es weitergeht, äh, muss ich sagen, weiß ich nicht. Ähm, jetzt müssen wir wahrscheinlich uns erstmal irgendwie Holz suchen oder so. Holz. Holz vor der Hütte? Nee, Holz, ja genau, wir brauchen Holz, bevor wir die Hütte bauen können. Okay, das sind Bäume. Wo denn? Ja. Ich dachte eigentlich, du hörst auf mein Kommando. Ah, wenn du zu langsam bist, kann ich ja nichts dafür. So haben wir nicht gewettet. Du hast mich ja gezwungen, also von daher, obwohl ich eine Zombiephobie hab, muss ich da sowas spielen da. Warte mal, warte mal, komm mal, bleib mal hier stehen. Schau mal, bitte, stell dich mal bitte vor mich hin hier. So, ja, ich bin jetzt mal nett zu dir, pass auf. Da. Oh, komm her. Ah, nein, nicht knutschen jetzt, wir müssen Holz abbauen. Also gut. Und wie geht das jetzt? Oh, jetzt hat es mich rausgeschmissen kurz. Na, du bist ja toll. Bin gleich wieder da. Ich hab dich ja eigentlich als Hilfe geholt, ne? Nicht als Rausfliegerin. Ja. Näää. So. Sicher schon mal schlau machen. Okay, also ich kann hier mit der linken Maustaste zum Beispiel Erde graben. Das ist doch schon mal was wert. Ja. Aber wir brauchen wahrscheinlich eher Holz, ne? Ah! Was? Ja, nenn mich Jacqueline Norris. Ich hab gerade Holz mit der blanken Hand hier gehackt. Oder wie auch immer aus diesem Baumbrust. Jacqueline Norris, my ass! Das schau. Ach, ich mach das jetzt auch. Ja. Gut. Ja, ist ja gut. Ich kann's auch. Ja. Jacqueline Norris. Na, der war ja wohl nicht schlecht. Das musst du ja wohl mal zugeben. Der war grottenschlecht. Jetzt geh ich mal zu dieser Birke. Birte Birke. Naja. Es schwebt hier halt alles so ein bisschen weg, ne? Ein bisschen weg? Mhm. Also, da geht's immer weiter. Oh, das ist Schwein. Ey, lass das Schwein in Ruhe. Wo? Wo? Das Schwein hat einen Klammeraffen-After. Na, du bist ja lustig. Du bist ja schon wieder rausgeflogen. Ja, ich bin unsichtbar nur. Ich hab da sowas ganz Spezielles. Oh Gott. Da müssen wir doch mal irgendwie die Stabilität checken gelegentlich, oder? Ja. Wolltest du es nicht wieder im Kompatitätsmodus? Hab ich, hab ich, hab ich. Ich hab's gerade geprüft. Keine Ahnung, warum. Oder beim nächsten Mal checken. Du bist ja eine tolle Hilfe. Ja, du wirst doch wohl überleben, die drei Sekunden, die ich jetzt gerade mal nicht da bin, oder? Also, ich sag mal so. Guck, da bin ich wieder. Ja, total klasse. Ähm, ich würd sagen, wir machen's erstmal so. Vielleicht sollten wir erstmal ein Loch graben oder so, wo wir uns verstecken können. Weil, wüsst du, wir ein Haus gebaut haben, ohne Werkzeug und so, da vergehen ja Ewigkeiten. Wieso, ich bin doch Juggling Norris. Ich baue dir ein Haus, wohin du willst. Ich baue dir ein Haus, wohin du willst. Bitte nicht singen. Das schaut wohl eher aus wie ein Sarg, als wie ein Loch. Ja, da müssen wir mal gleich sagen, wenn die ganze Erde aufgeht, oder wo du das buddelt hast. Wer braucht ja auch für ein Haus ein Fundament. Mhm. Die Schweine und die Kühe, die laufen ja einfach so rum und dann... Hausetot. Nein, mach ich nicht. Wir spielen hier nicht Minecraft für Veganer oder sowas, gell? Mich auch nicht, aber trotzdem. Was mach ich dann mit diesem ganzen Holzzeug und Dingzeug? Ich weiß nicht. Ich glaub, man kann irgendwas herstellen, so irgendwann mal. Moment mal. Ach ja, genau. I, ne? Ja, da hab ich was. I ist das Inventar. Ja. Und dann nimmt man dann irgendwie das Holz. Ja, schwupps hab ich Bretter. Ich hab Bretter gemacht. So. Bretter, ja. Bretter kann ich auch machen. Bretter-Porté? Oh Mann. Du bist ja noch schlechter als ich. Das ist verbar. Super leid. Jetzt hab ich ganz viele Bretter gemacht. Der Witz ist, ich hab auch an Bretter-Porté gedacht. Ich war... Ich hab mich nur geschämt, diesen Witz zu bringen. Geschämt hätte ich mich. Naja, jetzt können die Leute dann auf mich irgendwie rumhacken. Apropos hacken, ich habe... Auf mich rumhacken? Nein, auf mir. Ich hab einen Stock gemacht. Du hast einen Stock gemacht. Wie macht man das? Ich hab jetzt einfach mal die Bretter, die ich hier hatte, auch da reingeschmissen. Und dann waren plötzlich vier Stöcke da. Leider ruckelt es bei mir grad ganz übel. Ja, bleib halt mal ruhig sitzen. Nein, ich kann's gerade nicht mehr weiterspielen. Das ist leider unmöglich. Wir müssen mal kurz rausgehen. Ja, geh du raus. Ich bleib so lang da. Das wird nicht funktionieren, weil ich den Server hab. Ah, okay. Also, ähm, ich geh jetzt mal raus. So, wir sind zurück. Die Unterbrechung habt ihr wahrscheinlich gar nicht gemerkt, weil ich schneid das am besten raus nachher. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Ach, wir waren stehen geblieben im Inventar. Genau, dass ich Stock gemacht hab. Und du hast gesagt, dass du Stöckchen geholt hast. Gemacht hab. Waldi, hol's Stöckchen. Wie geht das? Also, ich hab die Bretter, da haben wir ja Bretter gemacht, die hab ich einfach noch mal ins Handwerk. In diese vier Kästchen. Und dann hat er mir gleich angezeigt, vier Stöcke. Okay. War ja jetzt ja nicht so schlecht. Dann könnte man sich da quasi schon mal einen Stock als Waffe bauen. Ja. Ja. Aber vier Stöcke braucht man noch nicht. Ne. So, was hab ich hier noch? Ich hab ein Hühnchen und eine Feder hab ich. Und Erde. Erde ist ja toll. Na gut. Ähm. So. Ich werd jetzt da mein... Mein Dings werd ich jetzt mal weiter bauen. Mein... Loch. Weil es wird nämlich schon dunkel, falls dir das nicht auffällt. Ja. Dein Grab. Quasi. Soll ich dir jetzt da mal helfen? Ja. Aber es wird ja schon dunkel. Achso. Dann kommen wir die ekligen Zombies. Ja. Ja. Prima. Also das ist jetzt das, was mir am ehesten einfällt, dass man einfach mal ein Loch bohrt. Ja, aber die fallen doch dann da rein in das Loch. Nein, wir machen dann natürlich eine Mauer hin. Aha. Na klar. Du bist im Weg. Ich hab dich leider gerade gekloppt. Ja, hier. Au. Ja. Jetzt warte mal auf. Wir müssen das mal mit ein bisschen Ernsthaftigkeit betreiben. Ja. Das erwarten die Leute von mir, dass ich immer total ernst bin. Ja, schön. So. Jetzt könnten wir doch hier vielleicht... Warte mal, wie macht man das? Ja. Wenn man jetzt hier eventuell Erde nimmt oder auch Bretter, egal. Aber ich nehme mal Erde. Und wenn man die jetzt nimmt und dann die da vielleicht hinsetzt, das müsste doch gehen. Ja, genau. Du musst es dann mit der rechten Maustaste... Okay, hab's geschnallt. Dann kannst du die Mauer hochziehen. Und die ziehen wir jetzt halt hoch. Oh, krassbar. Das Doof ist nur jetzt... Ich hab keine mehr. Weiter komm ich nicht mehr hoch. Nein, dann musst du halt noch was ausgraben. Was ist das denn? Bretter. Ach, hier hab ich noch Bretter. Nein, keine Bretter. Ich hab doch nur Erde hier hingebaut. Ach so, ja. Ich hab Bretter hingebaut. Na toll. Das ist doch Verschwendung. Ist doch jetzt nur mal für die erste Nacht. Ja. Aber irgendwie... Moment. Mein Plan hat noch nicht funktioniert. Wir müssen ja das... Wir müssen ja noch ne... Wir müssen da ja noch ne Mauer trotzdem noch hochziehen. Ach, das wollte ich nicht. Da wollte ich hin. Zack. Eine kleine Treppe bauen. Huch. So, und jetzt müssen wir hier außen... Müssen wir da noch zumauern jetzt. Ja. Das wird jetzt halt mehr so ne Hobbit-Wohnung. Wohl eher ein Verlies, ne? Ist ja egal. Warum kann ich denn da jetzt nichts hinbauen? Ah, doch. Kann auch nichts hinbauen. Du musst es schneller machen. Sonst werden wir leider sterben. Ja, toll. Unter Druck kann ich nicht. Tja, dann musst du es lernen. Ach, meis. So, ich denke so ein... Ein... Eine... Ein... Ein Quaderhöhe, das muss doch reichen, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist denn hier drum rum? Hier? Können Zombies... Können Zombies springen und so? Nö. Egal. Kommt drauf an, in welchen Filmen. Wir sind gar nicht im Film. Oh, ich brauche wieder... Ich brauche wieder Erde. Ja, komm mal lieber wieder runter. Kann man auch ein Dach bauen? Ja. Würde man schon irgendwie können. Oh, scheiße. Jetzt bin ich reingefallen da in das Loch in meines. Ich habe Dach erfunden. Das ist mir doch egal. Ach. Musstest du das erst erfinden, oder was? Ja. Oh Mann, ey. Guck mal, wie schlau ich bin. Das ist unfassbar. Ich mache jetzt hier da noch ein bisschen was weg. Ey, wir sind doch noch gar nicht hoch genug. Oder? Ich darf nur nicht so... So, ähm... Schau, da kommt keiner von oben rein. Aber den Ausgang muss ich mir irgendwo markieren, ne? Oder wir uns. Dann machen wir hier die Treppe da. Das ist schon gut. Äh, ja. Aber da kommen die ja jetzt momentan eventuell auch noch rein, ne? Den kann man ja dann zustopfen. Du musst dann halt hier mal wieder reinkommen, Freund. Ich muss jetzt erstmal noch ein bisschen Erde abtragen. Aua. Ah, ne Spinne. Ja, komm rein. Wo kommt die nach? Was sagst denn du? Du mauerst uns ein. Ja. Toll. Und woher weißt du dann, äh... Wann es wieder heller wird? Ja, guck mal einer mal nach. Hallo? Hallo? Ich muss ehrlich gestehen, es ist echt dunkel jetzt hier. Ich sehe nichts. Bitte mach mal ein bisschen Licht, weil... Sonst sehen unsere Zuschauer nämlich auch nichts. Ah, genau. Da können wir dann ja gucken, ne? Ja. Das Haus ist jetzt zwar vielleicht nicht so der Brüller, aber... Es erfüllt seinen Zweck. Eigentlich ist es genau einen Meter hoch. Blöde Spinne, pech gehabt. Ja, aber hörst du sie? Ja. Die macht da so... Das ist so, wie wenn du... Wenn du mit mir schimpfst. Au! Jetzt hör auf! Mich dauernd zu hauen. Das ist verdient. Nein. Können wir das hier noch ein bisschen tiefer machen, ne? Mach mal hier noch ein... Das ist doch gar nicht nötig. Ich mach's doch grad voll wieder. Das ist hier mein Bett. Das hier ist meine Badewanne. Das wollte ich zuerst sagen, du hast es gebaut. Nein, mein Witz war einfach viel besser als deiner. Okay, wird's jetzt mal bald hell? Aber Moment, wir haben ja Zeit. Wir können ja jetzt mal ein bisschen was versuchen zu bauen, ne? Ja. Ähm, naja gut, ich hab nur Holz. Sonst hab ich ja nichts. Ich kann ja das Hühnchen nicht irgendwie an den Stock binden, oder? So, dass dann da vielleicht ein... Ein Hühnchenschwert draus wird, oder so. Nein, das funktioniert nicht. Ich glaub, wir brauchen anderes Material. Wir machen das wie die Steinzeitmenschen. Wir müssen Steine suchen. Und wenn man die dann vielleicht mit dem Stock verbindet, vielleicht geht es dann. Also, ich hab nur... Möchtest du mir überhaupt zu? Äh, nein. Warum? Einer muss dieses Loch ja ein bisschen im Auge behalten, damit die Spinne da nicht reingrabbelt. Die ist so viel zu dämlich. Meinst du? Na, wenn du meinst. Also, ich hab... Warum ist denn hier eigentlich nicht abgebaut? Ach so, du hast da zugemacht. Das muss ja nicht sein. Äh, nicht zu viel. Jetzt kommt doch die rein. Nein. Na toll, jetzt kommen wir auch nochmal raus. Ach, ich muss es zumachen. Ja, eben. Äh, da waren irgendwelche Zombies, glaub ich. Die sind da rumgelaufen auf unserem Dach. Ja, sag ich doch. Oh Gott. Ich hab Angst. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.